Was ist die Ergebnisse der Interesse sehr hoch? Ja, die Ergebnisse zeigen, dass das Interesse sehr hoch ist. Allerdings wird noch nicht so viel getan, wie man das vielleicht annehmen könnte. Und dann haben wir uns gleich dafür interessiert, warum dem so ist. Und einer der Faktoren, der eine wichtige Rolle spielt, ist eben, dass wir nicht genügend ausgebildete Experten haben für das Thema Künstliche Intelligenz. Selbstverständlich versuchen Ingenieure, sich einzuarbeiten. Das dauert aber. Und die neue Generation von den Unis, die diese Fähigkeiten sofort mitbringen würden, sind noch nicht da in den Unternehmungen. Und daher muss der richtige Aufschwung ein bisschen warten. Allerdings ist auch klar geworden, dass die Unternehmungen nicht warten dürfen. Jetzt muss man was tun. Ja, wir investieren in der Hauptsache, Firmen intern, aber auf verschiedenen Ebenen. Wir haben genau das gleiche Problem wie unsere Kunden auch, dass es nicht genügend ausgebildete Leute gibt. Und daher müssen wir sie selber ausbilden. Bei uns gibt es ein Programm genannt Fujitsu Distinguished Engineers. Das sind die besten technischen Leute, die wir haben. Und die ziehen wir jetzt durch verschiedene Programme durch, mit KI-Bezug. Erstmal Maschinen lernen, so fangen wir an. Aber dann auch die anderen Disziplinen, damit sie abgerundet sind und für verschiedene Projekte zur Verfügung stehen. Diese Fujitsu Distinguished Engineers sind nicht nur sehr gute Leute, sondern die haben auch die Aufgabe, nicht nur firmenintern, sondern auch extern zu wirken. Und deswegen gehen wir mit den Leuten an Schulen und versuchen, im ganz jungen Alter Kinder bereits dafür zu begeistern, was die Methoden von künstlicher Intelligenz dann erreichen können. Und auf diese Weise vielleicht dafür zu sorgen, dass es genügend Studenten gibt. Ja, unsere Labs in Japan und Europa arbeiten eng zusammen. Diese Richtung kam im Wesentlichen aus Europa durch die Erkenntnis, dass transitives Lernen, das ist eine besondere Art von Lernen, wo man das, was man bereits gelernt hat für einen anderen Anwendungsfall, versucht wiederzuverwenden. Wir haben uns da eingearbeitet und ein System geschaffen, das für viele Zwecke transitiv lernt, in anderen Worten die bisherige Erfahrung, wenn Sie das so sagen wollen, mitverwendet und dadurch das Training für den neuen Anwendungsfall nur sehr kurz ist und relativ weniger Daten braucht. Das ist ein Riesenschritt vorwärts, weil man in industriellen Anwendungen, zum Beispiel um Fehler in Materialien oder in Produkten im Allgemeinen, Materialfehlerentdeckung, kann auf dieser Weise gut laufen, wenn das System einmal eine besondere Art von Fehler oder Qualitätsprobleme gelernt hat. So ein System umzugewöhnen, umzudrehen für einen neuen Anwendungsfall ist relativ einfach und daher ist das nicht nur ein interessanter theoretischer Erkenntnisgewinn, sondern eben praktisch unglaublich nützlich. Untertitelung des ZDF, 2020